Wir wollen, dass ihr uns vertraut Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt Wir wollen eure Pickaxe sehen Wir wollen den Lava untergehen Das tun wir wohl Disablen Ok, schauen wir nochmal Da könnte es ein bisschen heller sein Ok Theoretisch können wir hier auch in der Mitte rüber Ist natürlich auch schicker eigentlich Naja gut, das funktioniert zumindest schon mal Das ist schon mal wichtig Hatte ich jetzt hier irgendwo noch Ja, zack, zack Die tun wir da auch mal rein Achso, ich wollte ja noch einen, genau Dann nehmen wir den wieder mit Und machen einen mit Holz noch Dann ist das hier schöner So 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 Jetzt ist auch schon wieder dunkel Ja Ich brauch jetzt noch mal Licht So Legst du dich hin oder was? Wenn Ich bin grad am Bett Wenn ich soll Ja Okay Ich wollte jetzt kurz Ich stehe grad auf meinem Altar oben Und Ach, was da noch? Bitte? Ach, ja, ja, sehr gut So Ähm Ich wollte halt ja mal ein bisschen mit Ritualen anfangen Von Bloodmagic Ähm Und da brauchen wir ein paar Sachen Also einmal den Ritual Diviner Damit kann man dann im Endeffekt das Ritual einfach aufbauen lassen Der ist auch relativ einfach zu bauen Ähm Braucht halt vier von diesen Inscription Tools Die werden unterschiedlich hergestellt Sondern so Erde, Luft, Erde, Feuer, Wasser und so weiter Ähm Braucht mir jeweils 1000 Ähm Da kann man mal kurz schauen, wie viel der Altar Der müsste eigentlich voll sein Nö Ist er gar nicht Äh Dann machen wir den erstmal voll So Schauen wir mal, ob das funktioniert Na, das war ja Sehr gut Jetzt kann man den nämlich einschalten Zack 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 Ja Und schon ist er eigentlich fast voll Ja So Hier unten will ich eigentlich noch so einen Ähm Vakuum Hopper hinbauen Dass der die Sachen die da unten teilweise so getropft werden dann Ähm Gleich raussaugt Und da kommt man immer so blöd hin Jetzt von der Ecke ging es teilweise Ja Genau So Also das heißt, wir brauchen diese Inscription Tools Das war halt in dem anderen total super, ne Mit den Hopper Pflanzen Weil die halt keinen Strom und nichts brauchten Sondern er ist einfach hingestellt, eine Kiste dazu Und das richtig, ja Wobei der Vakuum Hopper braucht auch nix, glaube ich Der braucht auch nix? Ne, glaube ich nicht Ich dachte der Strom Oh Ich glaube den, den tut man auch einfach, ähm Hinsetzen So Dann machen wir mal einfach Ah Falsch So Magma Cream So Schauen wir mal Ob das auch so hinhaut Ich hab das noch nicht ausprobiert Normalerweise teste ich ja gerne vorher das Zeug erstmal Aber das schaut gut aus Aber das schaut gut aus So So Gast hier, das dürfte dann Luft sein Genau Und Lapis ist dann Wasser wahrscheinlich Air, Earth, Fire Ja So Wunderbar, das haben wir Ähm Achso, jetzt habe ich hier schon das Ding rein Lava Crystal Aber wir brauchen sowieso Diesen Weak Activation Crystal Und dafür braucht man Ähm Den Lava Crystal Und 10.000 Das heißt, da muss ich erst noch mal Nehmen den mal raus Emerald Und Diamanten Ach, das wird hier nicht hoffentlich eine cool Idee So ging der jetzt nicht Der mal, der mal, der mal, der mal, der mal Genau Genau Da haben wir Zack Das ist schon mal gut So, jetzt müssen wir hier nochmal einschalten Aber wir brauchen Aber wir brauchen 10.000 Kann man den eigentlich schon mal reintun Also eigentlich auch ganz gut Das sehe ich hier oben nämlich dann immer noch, ob es voll ist Ähm, ein Vakuum-Mopper haut das Zeug dann in die Kiste, oder? Ja, der saugt das, saugt was so, also im Endeffekt so wie diese Pflanze von dir Ja Wie weit? Was ist, wenn ich den an die Decke machen würde? Ähm, weiß nicht, wieso willst du, dass er dich nach oben saugt? Ähm, nicht mich! Äh, soll ich dir einen mitmachen? So ein paar? Ja, gern Aber dann braucht man auch die, ähm, QED, ne? Ähm, echt? Dachte ich? Oder täusche ich mich da jetzt? Ne Geh nicht drauf, du Ender-Eye Geh nicht drauf, du Ender-Eye Geh nicht drauf, du Ender-Eye Okay Müsste ich nur noch zwei Hopper finden So, Master-Virtual-Stone Ich nehme noch einen Müsste nur noch einen Hopper irgendwo rumliegen Warte mal Ich hatte hier irgendwo noch einen Der Master-Virtual-Eye Kein Ah, da brauche ich Ah, da brauche ich Mh Mh So brauche ich den besseren Orb Den nächsten Und da muss ein Goldblock rein Und ich brauche 25.000 Mh Das geht jetzt eigentlich mit dem Altar noch gar nicht Chess Das heißt, wir müssen uns da was überlegen Mh 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 ich habe jetzt hier unten den altar noch nicht man könnte jetzt hier diese dinger noch austauschen dann kann der altar mehr aufnehmen momentan kann er auch nur 10.000 und das hat er jetzt das heißt ich muss jetzt eigentlich immer wenn 1000 8000 wenn der zur neige geht und es kommen keine er kommt her kommt her schnell jungs 6000 na komm 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 auf 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 zack 5000 die müssen schneller kommen die jungs nach das hau das glaube ich nicht hin ich glaube ich müsste erst mal das wirklich so ein bisschen zur not könnte ich mich natürlich auch machen hat gerade noch gereicht sehr gut das war knapp ja so ein schmarrn weißt du womit man den sagt er soll es raus packen was das ist das ist jetzt eigentlich hier bei dir das problem strom wahrscheinlich oder ja servus mario der chief ist wieder da so das ding haben wir aber für ich doch ziemlich gerne irgendwie erst mal was essen das hilft nix ach komm ich nehme jetzt mal hier von deinen hähnchen michi du hast ja gemeint die werden so gut ja die sind super so was habe ich eigentlich hier einmal wo kommen die her ja scheiße was schließe ich an diesem blöden hopper an auf sammeln tut er sich das zeug noch nicht mehr raus du kannst den du kannst ja direkt eine kiste dran anschließend da gibt nichts rein doch du musst den einstellen du kannst bei dem hopper in die einstellungen gehen und du kannst sagen auf welcher seite er item outputs nicht nicht und kann ich das nicht mit mit einer verbindung direkt hier so obsidian ritual stone das geht nicht so ritual stone ah im moment ritual stone war reinforced ja nochmal high reinforced slate und obsidian haben wir ja noch haben wir ja noch so na 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 also dann mach ich es halt so so o wirst du da ich packe mal in die geschenk kiste packe ich mit den hopper rein das magst du hopper er ist in der geschenk super super da so zu es macht es einfach nicht zack 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 nee wir haben nicht durchgemacht fragt ob wir durchgemacht haben erst um ja wir wollten um acht anfangen aber dann wird es irgendwie doch neun weil mein wecker leider ja nicht so wollte wie ich